Wir leben mittlerweile in einer Situation, wo wir uns selber extremen Schaden zufügen, wenn wir nicht endlich hingucken. Als ich Katrin Eigendorf zum ersten Mal treffe, fällt mir als erstes ihre Präsenz auf. Die Ruhe, mit der sie den Raum und die Menschen um sich herum wahrnimmt. Katrin Eigendorf berichtet als Kriegsreporterin aus den Krisengebieten der Welt, zuletzt aus Afghanistan und der Ukraine. Sie tut das mit Klarheit, Haltung und großer Empathie für Menschen und auffallender Selbstbestimmtheit. Seid dabei, wie ich Katrin Eigendorf begegne. Herzlich willkommen bei Das Buch meines Lebens. Mein Name ist Jagoda Marinic, ich bin Autorin und Host dieser Sendung und ich führe Sie jetzt eine Stunde lang durch ein Gespräch über Bücher, das Leben und die Welt. Mein heutiger Gast ist Katrin Eigendorf. Sie kennen ihr Gesicht sicher aus dem Fernsehen und den Krisengebieten dieser Welt. Ihr Kollege Klaus Kleber sagt über sie, unter den ohnehin herausragenden Kriegsreporterinnen ragt Katrin Eigendorf noch einmal heraus. Sie hat letztes Jahr zahlreiche Preise erhalten, darunter den renommierten Grimme-Preis. Ich freue mich sehr, dass sie trotz der vielen Promotion-Termine mit dem neuen Buch heute bei uns ist. Herzlich willkommen, Katrin Eigendorf. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Ich bin sehr froh, dass du da bist und dass wir die Möglichkeit haben, mit dir über Bücher zu reden, weil bei einem Mensch, der so viel mit der Realität zu tun hat, ich habe ja gerade gesagt, du warst in Afghanistan, du warst in der Ukraine die letzten 20 Jahre deines Lebens in den Krisengebieten dieser Welt, spielt Fiktion, spielen Bücher da überhaupt eine Rolle für dich? Ja, Bücher spielen eine große Rolle in meinem Leben und haben immer eine große Rolle in meinem Leben gespielt. Eigentlich Fiktion eher als Sachbücher, interessanterweise. Also ich habe schon als Kind Bücher verschlungen. Ich bin immer in die Bücherei gegangen und habe wirklich Berge nach Hause geschleppt und war auch, glaube ich, ein ziemlicher Bücherwurm und habe öfter gelesen als draußen gespielt. Und es ist bis heute so, dass ich eigentlich immer ein Buch dabei habe. Auf all den Reisen, also in die Krisengebiete, überall. Du hast sogar ein Belegexemplar dessen mitgebracht. Du hast uns gesagt, eines deiner Bücher, in dem du sehr gerne liest, ist der Dalai Lama. Was aber ist Glück? Fragen an den Dalai Lama. Aber dann hattest du schönerweise auf Reisen tatsächlich dein echtes Exemplar mit, von dem man sieht, wie gern du eigentlich liest und stöberst und deine Bücher mit dir reisen. Und Peter Bixl sagte mal, solange ein Buch unbenutzt aussieht, ist es eh noch kein Buch. Das kann man bei dir nicht sagen. Ja, warum hast du dieses Buch so gern dabei? Wenn du Dalai Lama liest, was bedeutet dir das? Ja, für mich ist der Dalai Lama und seine Haltung zum Leben Orientierungshilfe. Und ich finde, dass er sehr viele gute Impulse mir gegeben hat, wie man das Leben zu sehen hat. Also ich bin jetzt von Herkunft her Protestantin, also in einer protestantischen Familie groß geworden. Aber eigentlich hat mir die Kirche in den wirklichen Krisen meines Lebens oder auch als Jugendliche nicht wirklich Orientierung geboten, sondern ich habe immer relativ verloren dann auch in Gottesdiensten gesessen und gedacht, ja, was erfahre ich da eigentlich? Also das hatte etwas Fremdes, was nichts mit meinem Leben zu tun hat. Wir alle sind natürlich auf der Suche nach Halt und Werten und ich habe mich auch nie so als Atheist gesehen. Und der Dalai Lama und seine Haltung, es ist ja nicht wirklich eine Religion, die er da propagiert, sondern eher eine Haltung zum Leben, ist für mich eigentlich ein Wertesystem, wo ich mich das erste Mal angesprochen gefühlt habe und gedacht habe, ja, das ist eigentlich das, was ich als Orientierung annehmen kann. Also die Tatsache zum Beispiel, ich nehme mal ein Beispiel, dass wenn wir das Glück suchen, also er nennt das Buch ja hier das Weg zum Glück oder was aber ist Glück, dass wir das Glück nicht darin finden, zum Beispiel Besitz zu erlangen oder dieses permanente Streben nach Optimierung unseres Lebens, dass das nicht zu Glück führt, sondern dass eigentlich das wahre Glück darin liegt, dass wir eine gute Einstellung zum Leben haben und dass man zum Beispiel auch Menschen unterstützt, Menschen hilft, dass man daraus viel, viel mehr Glück ziehen kann, als, sagen wir mal, wirklich in dieser Selbstoptimierung zu leben. Das ist ja inzwischen auch durch die Glücksforschung auch wissenschaftlich belegt. Wenn du sagst, es gab Krisen, wo du Orientierung brauchtest, was war zum Beispiel eine so Krise in deinem Leben, wo du sagtest, ich brauche jetzt wirklich jemanden, der mir sagt, wie es hier weitergeht? Mein Sohn ist schwerstbehindert zur Welt gekommen und als wir in der Situation waren, mein Mann und ich, haben wir natürlich gedacht, ja, wie gehen wir damit um? Also das war zum Beispiel eine Situation in meinem Leben, wo ich als junge Mutter Orientierung gesucht habe. Mein Sohn ist dann mit 17 Jahren oder unser Sohn ist dann mit 17 Jahren gestorben. Auch da war wieder so ein Moment, wo eigentlich das, was die Kirche uns geboten hat, vielleicht den Rahmen bot für eine Beisetzung, einen Gottesdienst, aber eigentlich keine Antwort auf meine Frage gegeben hat, was kommt eigentlich nach dem Tod oder welche Verbindung haben wir eigentlich über den Tod hinaus? Und auch da hat der Dalai Lama viele dieser Fragen beantwortet, dass nämlich eigentlich das Leben nicht nur im Irdischen ist, sondern dass unsere Verbindung weit darüber hinaus geht. Also gar nicht jetzt so, wie es die katholische oder evangelische Kirche darstellt, sondern eigentlich eher über eine spirituelle Erklärung dessen, was unsere Existenz ausmacht. Und als junge Mutter, wenn du sagst, da hast du es gelesen und es hat dir einen Weg gegeben, mit dieser herausfordernden Situation umzugehen. Was waren da vor allem die Gedanken, wo du gesagt hast, damit fühle ich mich irgendwie besser gewappnet, das zu tun, was ich jetzt hier tun muss, aber vielleicht auch, wir haben ja über Glück geredet, obwohl es schwierig ist, eine glückliche Haltung zum Leben zu suchen. Dass nicht von außen definiert ist, was Glück ist, also sagen wir mal die Tatsache, dein Kind muss gesund sein, dein Kind muss erfolgreich sein, dein Kind muss das und das und das sein. Nein, dieser Formel sollte man nicht folgen, sondern man sollte das sehen, was man in seinem Leben hat. Und es ist letztendlich immer eine Frage der Einstellung. Also ich kann sagen, dass Philipp, so traurig es natürlich ist, dass er so schwer krank war und so früh gestorben ist, uns ein wunderbares Leben gegeben hat und wir eine wunderbare Zeit mit ihm hatten. Und dass wenn man das annimmt und die Aufmerksamkeit darauf lenkt, viel, viel besser im Leben klarkommt und viel glücklicher ist, als wenn man sich von außen bestimmen und vorsagen lässt, was gutes Leben ist. Was mich gerade bei deinen Ausführungen auch sehr fasziniert hat, wenn du sagst, eben sich unabhängig machen von den Bewertungen, von der Anerkennung, von den Erwartungen, von der Optimierung. Gleichzeitig bist du eben die Journalistin, die im letzten Jahr mit die meisten Preise bekommen hat. Klaus Kleber hat in der Laudatio über dich wunderschön gesprochen, mit welchem empathischen, aber auch professionellen Einsatz du da bist. Also einerseits eben nicht die Abhängigkeit von außen und doch so ein innerer Kompass, die Dinge, die man tut, sehr gut zu machen. Was ist dann deine Motivation? Oder viele sagen ja, irgendwie viele wollen ja heute für Likes, für geliebt werden. Also es ist ja heute bei vielen Menschen wirklich die Bespiegelung von außen, die sie trägt. Und wenn du sagst, ich will mich davon aber frei haben, was macht dich dann so, was motiviert dich so gut zu arbeiten, so präzise? Also das Streben nach Anerkennung, das führt ins Unglück. Und die Anerkennung, die wir bekommen, gilt ja nicht uns als Mensch, sondern die gilt uns in unserer Funktion. Und auch die Preise, die ich bekomme, das sehe ich jetzt nicht als Anerkennung für mich als Mensch, sondern das ist eine Anerkennung für uns als Team, die gute Sachen gemacht haben anscheinend. Fernsehen ist immer Teamarbeit. Ich stehe zwar vor der Kamera, aber die, die hinter der Kamera stehen, die sind genauso Teil des Teams, wie ich das bin. Und es ist eine Anerkennung für das, was wir tun, also berichten zum Beispiel über Kriege und Konflikte. Und das sehe ich als sehr positiv, dass, sagen wir mal, das, was in Afghanistan passiert, das, was in der Ukraine passiert, ja nicht den Menschen gleichgültig ist. Und insofern sehe ich diese Preise eher als Wertschätzung für die Themen und für die Arbeit unseres Teams als für mich als Mensch. Die Wertschätzung für mich als Mensch kann ich im Prinzip nur aus den echten menschlichen Beziehungen und nicht den Beziehungen, die mir durch Preise präsentiert werden, ziehen. Dann motiviert dich die Liebe zu deiner Arbeit, das intellektuelle Interesse, das menschliche Interesse, diesen Beruf zu machen, der eben gerade in Krisensituationen, wie du sie beschreibst, so unentbehrlich ist, um zu wissen, was ist Wirklichkeit, was nicht. Aber dann eben, apropos Anerkennung, gibt es auch das Gegenteil. Leute, die sagen, jetzt berichtet sie, und wir haben ja die Trollfabriken aus Russland, die sagen, jetzt lügt sie, dann greifen sie dich online an. Es gibt ja auch eine Kehrseite. Schützt dich da auch so eine Lektüre oder wie schützt du dich eigentlich vor diesen Angriffen? Wenn du über die Wahrheit oder über die Realität berichtest vor Ort. Das ist schwierig, weil ich bin natürlich auch Mensch. Und wenn man solche hämischen Kommentare liest oder die Behauptung, man ist Kriegstreiber oder Lügnerin oder Russenhasserin, das sind ja so einige der Dinge, der negativen Dinge, die über mich geschrieben wurden. Ja, das macht einen schon nachdenklich und das verletzt natürlich auch ein Stück weit. Aber ich glaube, da muss man genauso mit umgehen wie mit der Anerkennung und sich klar machen, dass das nicht um einen selbst als Mensch geht, sondern es geht um die Profession. Und ich versuche da mit dem nötigen, ja, professionellen Handwerkszeug mit umzugehen. Aber natürlich ist es auch wichtig, dass man dann als Journalistin Rückenwind bekommt von anderen. Also solche Kollegen wie Klaus Kleber zum Beispiel, der hat mir über viele, viele Jahre als Moderator einfach immer wieder sehr den Rücken gestärkt, weil er mich ermuntert hat, das zu erzählen, was ist. Das ist nicht selbstverständlich. Und ich erinnere mich gerade in den Anfangsphasen des Ukraine-Krieges 2014, wollte man in Deutschland ja auch nicht hören, was ist. Und hat dieses russische Narrativ nach dem Motto, was da in der Ukraine passiert, ist ein faschistischer Aufstand oder das Land ist gespalten in Russlandfreunde und Russlandfeinde. Das ist ja mitten in unserer Gesellschaft diskutiert worden, obwohl es eine Lüge und eine Desinformationskampagne war. Und da war es denkbar schwierig, dagegen Stellung zu beziehen. Also zum Beispiel auch von einem Krieg zu sprechen, als alle noch davon gesprochen haben, das ist ein Aufstand von Separatisten. Oder zum Beispiel einfach die Dinge beim Namen zu benennen, Lügen als Lügen zu benennen. Und da helfen natürlich Kollegen, die meine Arbeit wertschätzen und mir den Rücken stärken. Unglaublich, ohne dass, glaube ich, wäre es schwierig, das zu machen. Ja, und die ja auch einordnen, diese Laudatio, gerade von Klaus Kleber, was ich so berührend fand, ist, er ordnet ja wirklich auch dein Tun ein. Du bist ein bisschen wie für mich die deutsche Clarissa Ward, weil es gab ja auch im Jugoslawien-Krieg manchmal so den Vorwurf, dass sich nicht genug deutsche Journalisten in die Krisengebiete wagen, dass man dann doch manchmal Angst hat. Und ich bin immer beeindruckt, wenn Menschen es doch tun. Und gerade, wenn ich dich aus der Ukraine sah, du warst in Butscher, du hast mit Zelensky dann diese Gräber gesehen und wenn dann einer wie Putin eben oder andere sagt, ja, da gibt es aber keinen Völkermord, es gibt keinen Genozid. Wie wichtig ist dir das wirklich auch durch deine Arbeit, die Wahrheit in die Welt tragen zu dürfen? Das ist das, was meine Arbeit ausmacht. Also, als der Krieg in der Ukraine anfing, ich hatte selber nicht damit gerechnet, dass das passiert, muss ich ehrlich gestehen. Ich war zwar jetzt nicht völlig überrascht, weil ich dachte, es kommt auf jeden Fall zu einer Eskalation dieses Konfliktes, aber ein flächendeckender Krieg. Damit hatte ich nicht gerechnet. Und als diese Nachricht kam, da war für mich direkt klar, das ist jetzt der Ort, wo ich sein muss. Also, ich habe noch nie in meinem Journalistenleben mehr empfunden, die Verpflichtung oder die Aufgabe, jetzt dort zu sein. Warum war es da gerade so stark? Na, weil ich das Land gut kenne. Also, ich habe viele Jahre in Russland gearbeitet. Ich kenne die Ukraine gut, ich spreche die Sprache. Ich habe mich über Jahre auch mit der ganzen Thematik befasst. Und ich dachte, jetzt ist es wichtig, weil ich wusste ja schon von 2014, wozu diese russischen Desinformationskampagnen führen. Jetzt ist es wichtig, vor Ort zu sein, einfach als professioneller Augenzeuge. Das ist ja der erste große Informationskrieg der Geschichte, den wir erleben, wo Information einfach auch Situationen verändert. Also, die Krim ist ja nicht wirklich mit Waffen erobert worden, sondern über Informationskampagnen, über Desinformation. Und deswegen glaube ich, ja, einfach da zu sein. Was du gerade sagtest, dass die Menschen sagen, dass wir ihnen eine Stimme geben. Ich glaube, es ist nichts schrecklicher für Menschen, als mit ihrem Leben einzustehen für Dinge, wie das zum Beispiel jetzt gerade die Frauen im Iran machen, wie das auch die Frauen in Belarus gemacht haben, oder wie es die Ukrainer gerade tun. Für Dinge einzustehen mit seinem Leben und dann nicht gesehen und nicht gehört zu werden. Also, das ist einfach, glaube ich, das Bitterste. Und das ist auch immer wieder das, was ich erlebe, wenn ich mit Menschen spreche. Ich habe jetzt zum Beispiel in Afghanistan, ich war im Juli in Afghanistan, da haben so viele Frauen vor meiner Kamera geweint und gesagt, erzähl unsere Geschichte, bitte erzähl unsere Geschichte. Um aber beim Dalai Lama nochmal einmal zu bleiben, wann warst du das letzte Mal, ich meine, du siehst ja so viel Elend, aggressiv. Also wann hast du gedacht, ich kann jetzt hier nicht mehr vor Wut? Das ist, da ist der Dalai Lama ein sehr guter Ratgeber. Deswegen dachte ich ja, dass der vielleicht deswegen mitkommt. Wut, Wut, Wut ist immer zerstörerisch. Wut und Hass sind zerstörerische Gefühle, die sich in allererster Linie gegen uns selbst richten. Dafür ist man auch natürlich nicht wirklich gefeit. Ich glaube, da ist keiner gefeit, außer man ist, sagen wir mal, auf dem Level, auf dem ein buddhistischer Mönch irgendwann ankommt. Aber wir in unserem realen Leben haben dieses Gefühl natürlich und müssen damit klarkommen. Das letzte Mal, dass ich Wut empfunden habe, war, als ich jetzt in der Ukraine war und in Isium war und gesehen habe, was da passiert ist. Das ist ja um alle Welt gegangen. Und ich das Gefühl hatte, ja, das wird gar nicht genug gesehen. Wir müssen das viel mehr zeigen. Also das hat nicht die Beachtung in unseren Medien, die es eigentlich verdient. Und da habe ich gemerkt, ja, man ist doch als Journalist, wenn man dann da steht, wir sehen ja nur die Bilder, aber wenn man in der Situation ist und man riecht den Gestank der Leichen, die gerade exhumiert werden oder diese gespenstische Situation, die da herrschte, während die Ermittlerteams dort arbeiteten, wenn man dann auch sieht, wie Ermittler selbst mit Tränen in den Augen am Rand sitzen, rauchen, damit sie diesen Geruch wahrscheinlich auch verarbeiten. Und dann ist man im Prinzip nur ein kleiner Baustein von einer Nachrichtensendung, wo ausgewählt wird, ach, aber heute gucken wir lieber mal wieder auf die Energiepreise. Das war dann schon so eine Situation, da habe ich gemerkt, ja, jetzt muss ich selber mich mal wieder erden und nicht die Wut von mir Besitz ergreifen lassen. Also ich kann das gut verstehen, wenn du da wirklich an dich halten musst und deine spirituellen Sätze vom Dalai Lama brauchst, weil du auch einmal gesagt hast, erstaunlicherweise sei die Ukraine relativ lang in den Medien und die Aufmerksamkeitsspanne, die wir dafür aufbringen, ist eigentlich relativ hoch. Und wie ist das für dich überhaupt zu sagen, du gehst da hin, damit man sieht, was da ist, damit man den Menschen zeigen kann, wie die Lage in der Welt ist. Und dann auf der anderen Seite wird das irgendwann weggeschoben. Leute sagen, nein, ich kann nicht, ich habe eh zu viel Stress, das belastet mich, wenn ich das sehe. Die haben natürlich auch ein gutes Recht, aber das war was, womit ich auch ein bisschen gekämpft habe, wo ich sagte, wie viel Wohlstand dürfen wir uns jetzt leisten, dass wir hier sagen, mich belastet etwas zu sehen, was andere durchleben müssen, statt dass wir darüber nachdenken, wie wir uns einbringen können eben in der Verantwortung. Und gerade Afghanistan, wo du ja auch warst, da war dann kurz ein sehr großer Aufschrei und jetzt hat man den Eindruck, die Frauen kämpfen alleine. Das ist ja auch was, wo ich mich frage, wie du da von der Haltung her mit umgehst, zu sagen, ja, es ist mein Beruf, euch zu zeigen. Ich wünsche mir vielleicht aus einer menschlichen Sicht, dass ihr dann unseren Werten gerecht werdet. Und wenn sie es dann nicht tun oder wenn wir es dann nicht tun? Also, wegzuschauen ist erst mal was sehr Menschliches. Also auch ich habe Situationen, wo ich mir denke, so, jetzt muss ich mal all das wegtun und mal zwei Tage lang mir nicht die Nachrichten angucken, kein Handy scannen. Ich möchte jetzt einfach mal eine Auszeit. Das nehme ich den Menschen nicht übel. Ich glaube aber, wir leben mittlerweile in einer Zeit, wo wir nicht mehr wegschauen können und dürfen. Und das ist auch für mich das Besondere des Krieges in der Ukraine und ein Stück weit auch dessen, was in Afghanistan passiert. Wir leben mittlerweile in einer Situation, wo wir uns selber extremen Schaden zufügen, wenn wir nicht endlich hingucken. Also ein großes Thema zum Beispiel, was mich auch sehr bewegt, ist der Klimawandel. Ich meine, wir alle wissen seit über 30 Jahren, worauf wir hinsteuern. Wir wissen, dass wir die Existenz unserer Erde aufs Spiel setzen. Und wir machen einfach so weiter. Deswegen glaube ich, kann man immer nur wieder versuchen, Menschen dazu zu bewegen, hinzugucken. Und ich habe das Gefühl, dass mittlerweile wir auch mehr den Blick auf das, was in der Welt geschieht, richten. Also ich kann mich noch erinnern, vor ein paar Jahren, wenn ich irgendwo aus einem Krisengebiet zurückkam, haben Freunde auch mal gesagt, Ja, ach nee, das wollen wir gar nicht wissen. Was tust du dir da an? Das hat sich mittlerweile für mein Verständnis schon ein bisschen geändert. Die Menschen verstehen schon, glaube ich, auch durch den Klimawandel, auch durch das, was der Krieg in der Ukraine jetzt bei uns erzeugt, dass wir auf einem Planeten leben. Und dass wir deswegen nicht sagen können, wir leben hier auf der Insel der Glückseligen, denn das tun wir. Und das kann uns alles egal sein. Die Insel der Glückseligen gerät auch langsam in Gefahr. Dieses Verdrängen, was man dann später eigentlich teuer bezahlt und wo man sich schon immer wieder gerade, und deswegen für mich auch deine Arbeit in Deutschland, ich hatte oft das Gefühl und den Eindruck, dass wir das uns gerne einreden, dass es am Ende geht um unsere kleinen Themen, die sind auch wichtig, und trotzdem dieses Bewusstsein, wir sind ein mächtiges Land, dass andere Länder auf uns blicken, dass kleine Länder auf uns blicken, weil sie von uns vielleicht auch eine Führungsrolle erwarten, von der wir uns manchmal zurecht fürchten, aber dass man sich deswegen dem nicht entziehen kann. Und deswegen sage ich auch immer, in dem Moment, in dem wir von dir solche Zeugnisse kriegen, also auch als ich dich gesehen habe in den Nachrichten, mit, ja, vor diesem Haus stehen, mit den Kindern und deine, dein Wille und deine Nähe zu diesen Menschen zu berichten, ich bin hier, politisch geschieht das, strategisch geschieht das, und mit den Menschen, die mich umgeben, geschieht das. Das ist für dich immer zentral, nochmal die menschliche Dimension dieser Erfahrungen den Zuschauern näher zu bringen. Ja, sagen wir mal, das ist das, was ich natürlich vor Ort am besten kann. Also, ich glaube, jeder Journalist hat seine eigenen Bereiche, wo er zur Informationsbildung beitragen kann. Ja, es gibt Superrechercheure, es gibt Menschen, die können genau analysieren, was passiert da strategisch in der Ukraine, in den kriegerischen Auseinandersetzungen. Aber als diejenige, die vor Ort ist und vor Ort praktisch als professionelle Augenzeugin unterwegs ist, ist natürlich für mich das wichtigste Anliegen, das zu berichten, was die Menschen dort erleben. Und ich finde es problematisch, wenn man in einem Krieg zu sehr den Blick, ja, sagen wir mal, auf das Schlachtfeld legt. Und du hast es vorhin Clarissa Ward genannt. Ja, also für mich ist Clarissa Ward eine der Journalistinnen, die im Prinzip ein klares Signal für eine andere Form von Journalismus gesetzt hat. Interessanterweise sind es Frauen vor allen Dingen. Also, Krasian Amanpour war ja die Erste, die zum Beispiel im Jugoslawienkrieg gesagt hat, in Sarajevo stand und gesagt hat, wenn man dieses Leid und all das Schreckliche, was hier passiert, erlebt, dann kann man nicht mehr der neutrale Berichterstatter sein. Ja, dann muss man Position beziehen. Und Journalismus mit Haltung ist wichtig. Und ich erinnere mich noch an dieses Bild, wo Clarissa an der Brücke von Irpin stand, wo das ja praktisch das Nadelöhr der Flüchtenden war und dann auf einmal ihre Live-Schalte unterbrach und einer älteren Dame über die Brücke gehalten hat. Ja, da würden jetzt vielleicht die alten Vertreter der Generation davor, die ja vorwiegend Männer waren, sagen, das führt zu weit. Ja, ich darf mich nicht zum Teil des Geschehens machen. Ja, aber warum eigentlich nicht? Ich bin doch Teil des Geschehens. Ich bin doch Mensch und ich bin doch auch da. Ich muss es für den Zuschauer transparent machen und nicht so tun, als wäre ich neutral. Aber ich halte diese vermeintliche Objektivität oder Neutralität in Kriegen für eine Irreführung geradezu des Zuschauers. Ja, ich finde, wenn du Amanpour sagst, ich habe sie mal bei einem Vortrag erlebt, da hat sie auch gesagt, ihr Ziel ist nicht Neutralität, sondern Truth. Ja, ich will, also es ist auch nicht neutral, über Grausamkeiten so zu berichten, als wäre da etwas neutral. Und es ist natürlich interessant, wenn du sagst, es sind die Frauen, die die Kriegsberichterstattung in der Form verändern. Ich musste jetzt auch an einem Buch von dem Historiker Howard Zinn denken, der geschrieben hat A History of the People, wo er gesagt hat, wie würden wir Geschichte erzählen, wenn wir sie aus den Perspektiven der Menschen erzählen, die leiden mussten unter den Dingen, die in die Geschichtsbücher eingegangen sind. Also vielmehr den Blick zu verändern. Und deswegen möchte ich hier noch ein Buch nehmen, weil wir gerade über den Einfluss von Frauen, du hast Simone de Beauvoir, das andere Geschlecht mitgebracht. Also du hast durchaus bewusst darüber nachgedacht, dass du als Frau in einen Beruf gehst, dass bestimmte Rollen und Stereotype wahrscheinlich mit dir mitgehen werden, dass du in Gesellschaften kommst, die dich konfrontieren werden mit anderen Stereotypen. Wenn du in Afghanistan bist, die werden Erwartungen an dich gerichtet haben oder auch Ablehnungen wirst du erfahren haben für die Frau, die du bist. Und du sagst auch, Frauen verändern die Kriegsberichterstattung, wenn du Clarissa Ward und Amanpour zitierst. Hat das was mit diesem Buch zu tun oder war das noch weit früher? Oh, das Buch, das war ganz, ganz früh. Das habe ich das erste Mal in die Hand bekommen während meines Studiums in Paris. Also da habe ich natürlich die großen französischen Schriftsteller gelesen, Camus, Sartre und dann natürlich auch Simone de Beauvoir. Und das Buch war für mich wirklich so eine Art Eye-Opener. Also ich habe das erste Mal verstanden, ich habe es schon gespürt, weil natürlich, wir spüren das als Frauen. Aber es, sagen wir mal, so klar zu machen, wie sehr die Tatsache deines Geschlechts, ja, deine Möglichkeiten beschränkt, wie sehr Geschlecht politisch ist, das hat mir erst Simone de Beauvoir klar gemacht. Und in dieser Deutlichkeit und in dieser Schärfe und Brillanz auch, in der sie das in diesem Buch formuliert hat, das trifft ja heute nach wie vor zu. Also die Tatsache, Frau zu sein, führt in so, so vielen Ecken der Erde zu einem unbeschreiblichen Leid. Wir gucken immer sehr auf Ethnien, die verfolgt werden, Religionen, die verfolgt werden, Kriege, die zwischen Völkern geführt werden. Aber im Prinzip sehen wir weltweit, dass die Tatsache, Frau zu sein, noch immer ein Riesenproblem ist, auch in Deutschland. Für uns ist das natürlich nicht eine Frage auf Leben und Tod oder, ja, dass wir praktisch verschwinden sollen als Menschen, wie ich das in Afghanistan erlebe. Aber auch hier sind wir nicht an einem Punkt, wo wir wirklich gleichberechtigt sind. Wenn du sagst, als junge Frau in Paris und du hast was gespürt, was sie für dich in Worte gefasst hat, was ja oft das ist, was wir dann in Büchern, die wir so nicht vergessen können, eigentlich ist, dass man dachte, ich hatte ein Lebensgefühl und hier sind die Worte dazu, hier sind sie in der Dichte, die ich brauche. Was war denn sozusagen, welche Erlebnisse als junge Frau, wo hast du gemerkt, ich komme ja an Grenzen, weil Leute auf mich sehen als Frau und ich etwas nicht soll, weil ich Frau bin. Da hattest du da noch eine Wut? Also Dalai Lama war vielleicht noch nicht so hinterher. In mein Leben getreten. Also welche Gefühle hat sie sozusagen für dich auch vielleicht platziert und erklärt? Unglaublich viel. Also da könnte ich jetzt ansetzen, bei der Tatsache als Mädchen geboren zu sein. Also zum Beispiel in meiner Familie, wir waren zwei Töchter und ein Sohn war es ganz klar. Mein Vater hat zu mir gesagt, wenn das in der Schule nichts wird, dann wirst du halt Friseuse. Ja, also nichts hätte mir ferner gelegen, als Friseuse zu werden, bei allem Respekt. Das ist ein toller Beruf. Aber warum als Frau muss ich denn diesen, hat mein Vater diesen Beruf für mich ausgewählt? Und es war ganz klar, dass natürlich der Junge stark zu sein hat, das Mädchen freundlich zu sein hat. Ich war zum Beispiel nie ein freundliches Kind. Ich war auch nie ein braves Mädchen, sondern ich war eigentlich eher so Pippi Langstrumpf. Und das war nicht akzeptiert. Also da habe ich schon gemerkt als Kind, wie sehr das für Jungen andere Regeln gelten als als Mädchen. Und ja, auch in den ersten Jahren meines Berufslebens habe ich immer wieder festgestellt, dass man bestimmten Rollen, Klischees entsprechen soll, denen ich nicht entsprechen wollte. Wirklich richtig scharf habe ich den Unterschied, aber erst in dem Moment gespürt, als ich Mutter geworden bin. Also dann einfach noch mal klar zu machen, Mütter haben so zu sein. Zum Beispiel eine Mutter darf keine Kriegsberichterstatterin sein. Männer dürfen das schon. Und das sind Dinge, damals hatte ich natürlich noch keine Kinder, aber ich glaube, das ist das, was ein Buch, das einen, sagen wir mal so, durchs Leben begleitet oder Bücher, die wertvoll sind, dass die ausmachen, dass sie einem das Gefühl geben, ja, du hast recht. Das ist nicht nur ein dummes Gefühl, was du hier hast. Und es auch noch mal einordnen. Also Simone de Beauvoir hat für mich die Dinge auch noch mal geordnet. Und dass es eben uns als Frauen zusteht, unseren eigenen Weg zu wählen. Und das hat mich sehr inspiriert. Und das habe ich auch mitgenommen. Und hast du, wenn du sagst, du hast in Paris sie entdeckt, man sagt ja immer, die Franzosen seien besser in Sachen Gleichstellung, zumindest was beruflich manchmal die Daten angeht. Da gibt es auch Daten, dass die Frauen vor allem im Niedriglohnsektor angestellt sind. Also es ist auch nicht mal alles. Aber gab es für dich persönlich, dass du sagtest, doch, da fühle ich mich als Frau etwas freier. War das freier in Frankreich oder war es vergleichbar? Anders. Also die Französinnen sind sicher, was ihre, sag mal, beruflichen Rahmenbedingungen angeht, etwas fortschrittlicher, weil viel, viel mehr Frauen berufstätig sind als in Deutschland. Also, sag mal, dieses Bild der Hausfrau, das ist halt in Frankreich gar nicht populär, sondern man muss als Frau schon auch seine Frau stehen im Leben. Und ich kann mich erinnern, zum Beispiel meine beste Freundin ist Französin und die war auch meine Trauzeugin. Die war total entsetzt, dass ich den Namen meines Mannes angenommen habe und hat gesagt, wie kannst du das machen? Wie kannst du deine Identität jetzt aufgeben? Also, da ist ein großer Unterschied. Aber nichtsdestotrotz sind die Französinnen Südländerinnen. Und da muss ich sagen, ist schon, habe ich schon manchmal geschluckt, wie sehr sie sich doch auch auf dieses Schönheitsideal, auf dieses Hübschsein-Müssen, immer zu glänzen, festlegen lassen. Also, viele meiner Freunde haben damals über mich gespottet, so, ihr Deutschen, ihr seht ja furchtbar aus, ja. Ihr habt ja gar keinen Sinn dafür. Und da muss ich sagen, das hat mir zum Beispiel nicht so gefallen. Auch ich habe manchmal den Eindruck, dass in Frankreich bei aller Emanzipation, und ich meine, man will ja auch sein dürfen, wie man will, aber es ist eben auch so ein Druck dahinter. Man hat nicht immer das Gefühl, dass es die selbstbestimmte Schönheit ist, sondern dass es durchaus eine Erwartung auch ist an die Frauen. Sie müssen jetzt berufstätig sein, Kinder haben trotzdem topfit, aber eigentlich nicht ins Fitnessstudio. Die Französin ist ja eigentlich schon vom Gehen schlank. So, da schreiben sie ja immer so Bücher. So, wir Französe, so, das hier Francais ist, ich laufe durch die Straße und ich gehe nicht ins Fitnessstudio. Also, die haben da schon so einen Kult entwickelt, den sie dann auch exportieren. Und, ja, ich finde es interessant, dass du eben dort aber für dich so dieses Buch und Simone de Beauvoir entdeckt hast und aber auch im, naja, sagen wir mal, in öffentlich-rechtlichen Medien. Da kamst du ja in ein Riesenapparat, wo auch mächtige Männer bis heute eigentlich vorherrschen, wo auch viele MeToo-Geschichten in den letzten Jahren herausgekommen sind. Hast du da das Gefühl gehabt, ich will hier wirklich dafür sorgen, dass mich niemand benachteiligt? Also, hatte ich da dann ein Kind, wo du sagst, als Kind musste ich nicht freundlich sein, hat dich diese Zug ein Stück weit gerettet? Oder wie bist du da durchgekommen? Und wie konntest du diesen Weg gehen, trotz einer Frau zu sein in diesen letzten Jahrzehnten? Weil das war faktisch nachweisbar ein Nachteil im Fernsehen. Außer man wollte Sprecherin sein, aber du wolltest ja andere Dinge tun, Kriegsberichten. Du musst auch noch erzählen, wie das dazu kam, dass du gerade das wolltest. Ich wollte eigentlich nicht Kriegsberichterstatterin werden. Also, das war jetzt nicht mein Berufsziel, sondern ich wollte Journalistin werden und ich wollte immer ins Ausland. Also, das war für mich klar. Deutschland ist zu klein. Ich will raus in die Welt und ich will raus aus dieser Komfortzone. Somit 25 oder 24 war nach Frankreich zu gehen, raus aus der Komfortzone. Später muss es dann schon ein bisschen größere Herausforderungen sein, Russland und andere Länder. Aber zu der Frage, als Frau in unserem Mediensystem, das war immer ein Kampf, weil das Mediensystem hier in Deutschland, und ich denke, das kann man auch global sagen, ist schon männergeprägt. Und die Tatsache, dass Männer in den Chefetagen sitzen, haben natürlich viel mit der Frage der Besetzung von Posten zu tun. Und mich hat mal eine Journalistin gefragt, ist es nicht schwierig, also in einem Interview über meine Arbeit, ist es nicht schwierig, als Frau in Afghanistan zu berichten? Das ist doch bestimmt eine große Herausforderung. Und da habe ich gesagt, es ist viel, viel weniger schwierig, in Afghanistan zu berichten, als nach Afghanistan zu kommen. Also ich habe in meinem eigenen Sender sehr, sehr oft gehört, das kann eine Frau nicht, wie, das kannst du doch mit Kindern nicht machen. Ja, dass man Männern den Vorzug gegeben hat, auf Posten, obwohl nach außen hin die Haltung vertreten wurde, ja, bei gleicher Qualifikation besetzen wir das mit Frauen. Wir sehen die Realität, wie die Posten besetzt sind. Und die Ursache ist ja nicht, dass wir Frauen schlechter ausgebildet sind, sondern ganz im Gegenteil. Die Statistiken sagen, wir Frauen sind sogar besser ausgebildet. Und trotzdem haben wir es immer noch mit einem System zu tun, in dem weitgehend Männer an den Schalthebeln sitzen und Frauen sehr oft eben zu kämpfen haben. Und diese MeToo-Debatte, glaube ich, haben wir in Deutschland noch nicht zu Ende geführt. Also da haben wir jetzt sehr stark auf ein paar Skandale geblickt. Ja, die Bild-Zeitung stand da im Fokus. Das passt natürlich auch. Aber ich sage mal so, alle, die sich da empören, denen würde ich raten, guckt mal in eure eigenen Häuser. Und ich muss sagen, wirkliches Bewusstsein dafür, was hier passiert, was teilweise mit Frauen auch gemacht, wird, wie Männer ihre Machtpositionen noch immer ausnutzen, der Blick ist noch nicht scharf genug dafür. Also was ich zum Beispiel für ein großes Problem halte, wenn Änderung herbeigeführt werden soll, dann soll die immer von den Opfern herbeigeführt werden, die sich dann praktisch outen müssen und sagen müssen, ja, das hat jemand mit mir gemacht. Und das wagen natürlich die jungen Frauen nicht verständlicherweise. Und ich würde es ihnen wahrscheinlich auch nicht empfehlen, weil ich glaube nicht, dass das sehr karriereförderlich ist. Und da könnten wir Strukturen schaffen, wo die Männer auch mal klar machen, das ist hier nicht gewollt und geduldet. Also eigentlich erwarte ich von den Männern viel mehr, dass sie mal dafür einstehen, statt es den Schwächsten zu überlassen, nämlich den jungen Frauen dafür einzusetzen. Als würden sie so da sitzen, mal gucken, wie viele jetzt kommen und sich beschweren, ob wir uns dessen annehmen müssen oder ob wir unsere Bastion so verteidigen eigentlich. Das ist schon ganz wichtig, was du gerade sagst. Und nicht nur Karriere fördern, sondern ich finde diese Outing auch so, warum müssen diese Frauen dann, und das wird man, öffentlich definiert werden über eine Handlung, die ein Mann begangen hat. Also selbst wenn sie sich outen und wenn sie die Mut haben und auch alle Unterstützung bekämen, dann sagt man trotzdem, ach, die hat MeToo vorangetrieben. Auch wenn sie tausend andere tolle Dinge gemacht hätte. Also dass man diesen Frauen dann plötzlich zur Aufgabe macht, aus ihrer traumatischen Erfahrung oder aus ihrem Erlebnis letztlich etwas zu machen zu müssen, was sie öffentlich immer mitdefinieren wird. Also die Emanzipation heißt trotzdem, du nimmst dir das mit. Also ich finde das ganz wichtig und toll, was du sagst. Und ich denke auch immer, wo sind die Männer, die sagen, ich schäme mich so für mein Geschlecht. Wir sind ja hier bei Geschlechterrollen. Also was, Männer haben sowas gemacht? Dann möchte ich als Mann mal sicher gehen, dass ich mit denen rede, Es gibt sicher auch Frauen, die ihre Macht auch in den öffentlichen, rechtlichen Missbrauchen. Ich würde sagen, Macht korrumpiert den Mensch als solchen sehr leicht, wo wir insgesamt vielleicht nachdenken sollten. Aber ja, finde ich, ist das dann was, würdest du sagen, wenn man einmal so ein Buch gelesen hat und diese Brille anhat, dann bleibt sie ein Leben lang? Also es geht nie wieder weg. Du wirst immer ein Stück weit die Welt durch diese Erklärungen mitfiltern? Die, ja, ich wachse natürlich auch mit meinen Erfahrungen. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass, ja, die Welt jetzt in Männer und Frauen einteilen wollen als Gute und Böse, wie du sagst. Es gibt, ich glaube, es ist eher eine Frage des Systems. Es ist ein maskulines System. Und ich habe auch schon Frauen als Chefin gehabt, die mir gesagt haben, wieso bleibst du nicht zu Hause bei deinen Kindern? Also die Tatsache, eine Frau zu sein, heißt nicht, dass man nicht Frauen unterdrückt. Und gerade in Afghanistan erleben wir, dass es oft die Schwiegermütter sind, die die Frauen schwerst misshandeln. Und auf der anderen Seite gibt es und sehe ich auch mittlerweile viele, viele junge Männer, die das nicht mehr mitmachen wollen. Und ich habe selber, mein eigener Mann ist ein total emanzipierter Mann. Und lebt eigentlich genau das, was ich mir vorstelle, ja, was eigentlich ein gleichberechtigtes Miteinander von Frauen und Männern sein sollte. Aber nichtsdestotrotz, die Sicht, also diese politische Sicht auch auf die gesellschaftlichen Zustände, ja, die stimmen immer noch. Und die nehme ich auch weiterhin mit. Und ich würde gar nicht sagen, dass es eine Brille ist, sondern es ist eine, eher so eine Blaupause, die sich immer wieder bestätigt, diese Blaupause. Wir müssen uns ja immer wieder fragen, wenn so etwas wie zum Beispiel MeToo aufkommt. Also als MeToo aufkam, ich erinnere mich noch gut, das postete dann eine Freundin von mir auf Facebook, von der ich weiß, die wurde als junges Mädchen von ihrem Vater vergewaltigt. Und ich habe zunächst gedacht, nee, also das kann ich ja jetzt nicht posten, weil ich wurde nie vergewaltigt, ich habe auch nie wirklich Sexual Harassment erlebt. Also ich bin nicht MeToo. Doch, ich bin doch MeToo. Natürlich. Weil das hat ja nicht immer nur etwas mit der körperlichen Demütigung zu tun, sondern es ist ja sehr oft auch psychische Demütigung. Also ich habe Chefs gehabt, die haben mir gesagt, du willst dort und dorthin, da herrscht Krieg, spiel mal lieber zu Hause mit deinem Plastikpanzer. Solche Dinge sind mir als Journalistin noch passiert. Und das ist auch Teil von MeToo. Du hast es aber geschafft, trotz dieser Chefs und trotz dieser Vorurteile nach Afghanistan zu kommen. Also du sagst, es war fast schwerer, als dann dort zu berichten. Was war denn so dein Schlüssel? Also hast du dann einfach insistiert und gesagt, ich weiß es, ich habe die Erfahrung, ich kann es, wie bist du durchgekommen? Ich hatte immer wieder Glück, dass ich an bestimmten Punkten dann doch auf Förderer gestoßen bin, was nicht immer nur Frauen waren, aber auch Frauen. Und eigentlich das Positivste in dem Moment, wo ich eine weibliche Chefin hatte, die mir dann auch gesagt hat, du kannst Afghanistan übernehmen, als einer meiner Kollegen in Rente ging, war, dass sie mich auf einmal gleichberechtigt gesehen hat. Gar nicht danach, dass es keine Rolle spielte, dass ich Frau bin. Und das würde ich mir eigentlich wünschen, dass es keine Rolle spielt, sondern dass die Qualifikation eine Rolle spielt. Einfach, ja, bist du in der Lage, das zu machen und was du mit deinem Privatleben machst oder, ja, die Tatsache, was das für dich als Frau bedeutet, das ist erst mal deine Sache. Und ich denke, wir müssen viel mehr den Blick auch darauf richten, dass wir auch als Vorbilder agieren. Also ich habe es mit vielen jüngeren Frauen zu tun gehabt, gerade in den letzten Jahren, die mir gesagt haben, ja, das hat mir Mut gemacht, dass du das machst. Und ich sage dann auch mal, lasst euch das nicht einreden. Lasst euch nicht von Männern einreden, dass ihr die besseren Frauen oder Mütter seid, wenn ihr mit euren Kindern zu Hause sitzt. Es gibt tolle Frauen, die da draußen unterwegs sind. Clarissa Ward hat auch kleine Kinder. Warum denn nicht? Also etwas scheint sich durchaus zu bewegen, dass man den jungen Generationen von Frauen sagt, ihr könnt die ganze Palette sein zwischen unfreundlich, hart, stark, dass wir Frauen doch alles sein dürfen. Dann diese Revolutionen, muss man jetzt, wir wissen noch, ihr habt es Revolutionen, aber Aufstände getragen von Frauen. Dass sich Frauen jetzt gegen die Diktatoren, gegen die autoritären Regime erheben und Iran als Beispiel, aber nicht nur, wie du sagst, Belarus, diese Stärke der Frauen und auch, weil du sagst, sie sind keine Minderheiten. Wir sind so gewohnt, so zu tun, Minderheiten. Bei Minderheiten sind wir oft bei wenigen Prozent, bei Frauen sind wir bei mehr als der Hälfte der Menschheit und dann gehen die raus in so einem Regime und gleichzeitig erlebt man in den USA, dass Frauenrechte wieder beschnitten werden, dass die körperliche Selbstbestimmung rückabgewickelt wird juristisch. Also völlig verwirrend, wie bei allem im Moment in der Welt, die Botschaften. Auf der einen Seite wird an der Frau wieder alles weggekürzt. In Afghanistan kaum waren die westlichen Mächte weg, kämpfen die Frauen eigentlich um Bildung oder können fast nicht mehr darum kämpfen. Und gleichzeitig aber doch Frauen wie du, die die nächste Generation motivieren, inspirieren, die alten Rollenbilder zerschlagen sehen wollen zugunsten der eigenen Professionalität. Wo glaubst du, bewegen wir uns gerade so zwischen was wird die Frau oder was werden die Frauen gerade, weil du in Krisenberichten auch so, ja so, ich würde schon auch sagen, empathisch über die Schicksale der Frauen berichtet hast. Siehst du Chancen, dass wirklich diese hoffnungsvolle Version, dass Frauen wirklich die Welt im Moment vielleicht zu einem nächsten Schritt bringen könnten, einer besseren gesellschaftlichen oder glaubst du, die autoritären Bewegungen sind zu stark? Ich glaube, wir befinden uns im Moment an so einem Wendepunkt. Also wir sehen es überall auf der Welt, an vielen verschiedenen Stellen, wir sehen es auch in unserer Gesellschaft, dass wir wirklich um unsere Zukunft und die großen Fragen ringen und immer mehr Leute suchen nach Orientierung und nach Antworten. Und was wir gerade in den USA erleben, ist wirklich der Rückschritt in die Machtergreifung eines ganz, ganz menschenverachtenden Systems. Weil für mich ist ehrlich gesagt, und da bin ich wieder bei Simone de Beauvoir, ein Gradmesser für den Entwicklungsstand einer Gesellschaft, wie sie mit ihren Frauen umgeht. Und eine der krassesten Gesellschaften ist Afghanistan, wo Frauen ja im Prinzip in das Recht, Mensch zu sein, abgesprochen wird. Aber dem, was in Amerika passiert, liegt das gleiche Prinzip zugrunde. Den Frauen wird das Recht abgesprochen, selber Entscheidungen zu treffen. Warum werden Frauen dafür verantwortlich gemacht, wenn zum Beispiel ein Paar eine Schwangerschaft abbricht? Statistiken ergeben, dass die meisten Frauen, also auch Interviews, Schwangerschaften abbrechen unter dem Druck und dem Zwang, dass ihre männlichen Partner nicht mitgehen und das nicht tragen. Und sie stehen jetzt da und werden kriminalisiert. Also die Tatsache, dass Frauen dafür kriminalisiert werden, dass sie über ihr eigenes Leben entscheiden. Und das in der größten Demokratie der Welt halte ich für eine sehr, sehr gefährliche Entwicklung. Und da befinden wir uns im Moment an einem Wendepunkt, wo ich noch nicht recht sehe, wo wir hingehen, ob in die eine oder die andere Richtung das Pendel ausschlägt. Das heißt eigentlich im Moment die Heftigkeit und die Wucht der weiblichen Proteste eher als Reaktion auf das Pendel, das im Moment wieder die Rechte unterdrücken möchte. Also dass daher dieses Aufbäumen kommt und mal gucken, ob wir es schaffen, das nicht zu zerschlagen oder das zu zerschlagen. Und ja, leider rennt mir die Zeit mit dir davon. Ich würde so vieles noch gern, du hast aber passenderweise ein Buch mitgenommen, das viele wahrscheinlich lieben aus der Kindheit, in dem es um Zeit geht, Mumu. Warum hast du Mumu mitgebracht als ein Buch deines Lebens? Ja, als das Buch erschienen ist, hatte ich selber noch keine Kinder. Und ich habe es gelesen und es war auf eine ganz andere Art und Weise als diese beiden Bücher auch ein Eye-Opener, weil zu sehen, wo es wirklich drauf ankommt, also diese Geschichte dieses Mädchens Mumu, das darum ringt, ja, den Menschen begreiflich zu machen, was wirklich, ja, zum Glück im Leben führt. Die Zeitdiebe, das ist ja etwas noch immer so Aktuelles, wenn man sich überlegt, wie alt dieses Buch schon ist oder ich denke, wir haben in unserer Familie so einen stehenden Spruch, dass wir immer sagen, wenn irgendwas schwierig scheint oder unmöglich scheint, dann sagen wir mal, Beppo der, jetzt kommt Beppo der Straßenkehrer, ja, das ist ja die Geschichte auch, dass Beppo der Straßenkehrer auf die Frage, ob das nicht furchtbar ist, immer die Straßen zu kehren, einfach sagt, ja, ich gucke genau, was vor mir ist und das mache ich dann einfach. Ich mache es einfach und mache es und mache es und in dem Machen liegt der Sinn und dann kommt irgendwann auch etwas Gutes bei raus und das hat mich, ja, sehr, sehr geprägt und ich fand die ganzen Bilder und Geschichten, die in dem Buch liegen, er hat einfach eine ganz fantastische Welt da aufgebaut und einen ganz fantastischen Blick auf das, was wahre Werte sind und ja, es ist eines der Bücher, das natürlich auch in unserer Familie für unsere Kinder so eine Art Bibel war, ja, also wir haben unglaublich viel gelesen und sowohl unserem Sohn als auch unserer Tochter sehr, sehr viele Bücher vorgelesen, also ganze Regal, Regale voll von Büchern und das ist, ja, glaube ich, auch für meine Tochter ein wichtiges Buch gewesen. Und wie alt warst du, als du es entdeckt hast? Was hast du gesagt? Oh, wann ist es denn erschienen? Nee, da war ich schon erwachsen. Also das, ich denke mal, guck mal, wann es erschienen ist, aber nee, nicht als Kind, auf gar keinen Fall als Kind. Ja, als Erwachsene, ganz sicher als Erwachsene. Vielleicht war es da schon eine Weile draußen, aber als Erwachsene habe ich das Buch gelesen. Das habe ich nicht mit den Augen eines Kindes gesehen. Also nicht zu lieb. Da sieht man es sicherlich nochmal anders, wenn man es mit den Augen eines Kindes sieht, aber es ist auch ein wunderbares, viele Kinderbücher sind übrigens wunderbare Bücher auch für Erwachsene. Das kann ich immer nur wieder empfehlen, weil sie die Welt einfach, ja, nochmal durch eine ganz andere Perspektive uns sehen lassen. Und wenn du sagst, du hast beiden Kindern vorgelesen und Philipp auch vorgelesen, hat Philipp die Geschichten, wie war das für dich, hat das so das Gefühl, er versteht dann das alles oder wie war dann für ihn das Vorlesen? Ja, wir haben das immer gemeinsam gemacht. Also einer hat vorgelesen und die anderen waren dann dabei. natürlich hat mein Sohn das nicht, sagen wir mal, intellektuell so aufgenommen, wie es meine Tochter getan hat. Aber im Lesen liegt ja auch viel von Atmosphäre und ja, das erzeugt ja auch eine schöne Situation des Miteinanders. Also einfach, was weiß ich, zusammen sich auf dem Sofa zu kuscheln, vielleicht vor dem Kamin und gemeinsam einem Buch zuzuhören. Und ich glaube, das hat er sehr genossen. Ja, und auch etwas von dieser spirituellen Verbindung, die du ja beim Dalai Lama erwähnt hast, dass wir als Wesen in unseren Gedankenwelten genauso starke Verbindungen führen können, wie mit unseren Körpern und so. Also das ist ja auch das, liest du eigentlich identifikatorisch? Also wenn du jetzt Momo liest, ist für dich dann die Fantasie so, dass du das erlebst, als wärst du Momo oder liest du eher wie einen Film, dass du dann eher eine Momo siehst, die handelt? Also fühlst du dich mehr identifiziert mit ihr oder guckst du sie dir eher auf so einer Leinwand an? Oder denkst du so ein bisschen, ich fühle das so, manchmal habe ich das auch, ich bin auch so? Also identifizieren tue ich mich eigentlich fast nie. Also kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass ich mich mit irgendwelchen Personen identifiziert habe, sondern ich gucke auf ihr Leben, also auf ihr Handeln, auf das, ja, was ich davon mitnehme, kann und entdecke natürlich wie auch im Miteinander mit Menschen manche Sachen, wo ich denke, ja, das passt oder das habe ich auch schon so erlebt oder in der Situation sehe ich mich auch, aber ich identifiziere mich eigentlich nicht mit Bücherhelden, dass ich mich in ihre Lage versetze, nein, außer bei Pippi Langstrumpf. Ja, da hast du es gesagt, als Kind war ich Pippi Langstrumpf. Das fand ich auch süß, ein älterer Mann hat irgendwann zu mir gesagt, diese Pippi Langstrumpf, die ist ja so berühmt, aber wenn man dann anguckt, die macht ja auch nur Scheiße, war das Originalwort so und dann genau so diese Freiheit, dass man mal diesen ganzen Blödsinn macht auf dieser Welt und interessanterweise, aber mit diesem Sachbuch hast du dich dann doch irgendwie identifiziert als Frau, also mit der Fiktion, die betrachtest du wie eine Geschichte, die dir was erzählt und das Sachbuch, dann tatsächlich hattest du durch, wahrscheinlich, weil hier eine Frau war, die ihre gedankliche Biografie, in der sie selber versteht, welche Unterdrückung sie hat, hast du dann doch vielleicht sogar identifikatorischer gelesen als Romane, in die man sich eigentlich auch empathischer in die Charaktere reinversetzen kann. Kann das sein, oder? Interessanterweise habe ich mich mit Simone de Beauvoir als Mensch oder als Frau gar nicht identifiziert. Also ich finde, die Erklärungen, die sie uns liefert und die Einsichten und die Brillanz, mit der sie die Dinge sieht, hervorragend, aber ich finde zum Beispiel, dass sie sich hat auch als Frau viel zu sehr in ihrem persönlichen Leben, wenn wir mal auf ihre Biografie gucken, hat von Männern bestimmen lassen, ja, wie sie lebt. Also die Tatsache zum Beispiel, dass sie immer abgelehnt hat, Kinder zu haben. Das ist ja sehr stark auch forciert in ihrer Beziehung zu Jean-Paul Sartre gewesen. Und ich habe mir auch immer überlegt, ja, warum hat diese Frau das eigentlich immer so abgelehnt? Also gehörte das auch dazu, jetzt zur Befreiung, dass man das machen musste? Ist das wirkliche Befreiung? Ist nicht wirklich frei zu sein, auch vielleicht zu sagen, ja, ich bin Frau und ich will das Frausein leben. Das erleben wir ja bei vielen jungen Frauen heute, dass die sagen, also zum Beispiel meine Tochter, die sagt, emanzipiert ist nicht, in einem, was weiß ich, weiten Hoodie rumzulaufen und sich die Haare kurz zu schneiden und Turnstuhl zu tragen, sondern ich bin emanzipiert, weil ich trage einen Minirock und bauchfrei und ich bin hübsch und sexy und lasse mir von niemandem was sagen. Also diese Bewegung haben wir ja auch. Und da finde ich bei Simone de Beauvoir, sie hat sich, das war natürlich auch in ihrer Zeit viel, viel schwieriger, dann letztendlich in ihrem eigenen Leben nicht die Freiheit genommen, so zu leben, wie sie wollte. Und du selber hast das Gefühl, du hattest diese Kraft, also die Freiheit zu leben, wie du wolltest? Nein, nein, nein. Aber viel davon? Viel davon, aber, also ich muss sagen, ich habe mich natürlich auch in meinem Leben, ja, an Situationen angepasst, ja, bin bestimmte Wege gegangen, weil sie zu sprengen zu schwierig war. Aber ich glaube, das ist etwas, was einen der Dalai Lama lehrt und was ich jedem nur mit auf den Weg gehen kann, guck, was für dich selber gut ist, weil diese Anerkennung, die du kriegst, ja, das ist Schall und Rauch. Letztendlich musst du selber deinen Weg finden und dein Glück und das zu tun, das ist das echte Leben. Und das ist natürlich sehr schwierig und da muss man immer wieder drum ringen und da habe ich auch kein Rezept für, das tue ich auch jetzt noch, dass ich immer wieder darum ringe, aber es ist zumindest ein Ziel, was man verfolgen kann, eine Leitlinie. Und sich die Zeit nehmen, solche Gedanken überhaupt im Kopf zuzulassen und nicht in der Maschinerie von noch mehr und noch mehr und noch mehr zu sein. Wir sind fast durch mit unserer Zeit, wir haben aber ein kleines letztes Spiel, würde ich sagen. Du kennst sicher Barack Obamas Summer Reading List. Er macht ja immer einmal im Jahr so die super Lektüre seines Sommers und damit ist er ja auch ein Book Influencer, würde man fast sagen. Also die Titel, die ihn bewegt haben. Wenn du jetzt Teil seines Teams wärst und müsstest sagen, okay, er ist jemand mit einer großen Reichweite, es wäre wichtig, dass er folgende Bücher auf den Tisch bekommt. Wenn ich dich jetzt spontan frage, wir legen ihm diese Bücher auf den Tisch, aber welche hast du so in letzter Zeit gelesen, wo du sagst, die wären wichtig, auf diese Summer Reading List zu kommen? Also ein Buch, was ich ganz, ganz wichtig finde zu lesen, ist The Afghanistan Papers. Das ist ein ziemlich dicker Wälzer, in dem ein Journalist, der jahrelang dafür gekämpft hat, dass die amerikanische Regierung alles offenlegt, was in Afghanistan passierte, und er hat es schließlich durchgedrückt, dass er Einblicke in geheime Papiere bekam, also The Afghanistan Papers, daher kommt der Titel, das nochmal ganz genau zeigt, was eigentlich wirklich in Afghanistan passiert ist. Das finde ich ein ganz, ganz wichtiges Buch und eine Sternstunde des Journalismus. Und dann, ja, ein Buch, was mich auch sehr beeindruckt, da mache ich jetzt Werbung für eine Freundin, ist das Buch von Christiane Hoffmann. Ich weiß nicht, ob du es kennst und gelesen hast, ja, alles, was wir nicht, alles, was wir nicht vergessen, wo sie im Prinzip die Geschichte ihrer eigenen Familie aufarbeitet, nach dem Tod ihres Vaters, der ein Flüchtling war, im Zweiten Weltkrieg, seine Heimat verlassen muss, das Dorf ist jetzt ein polnisches Dorf, und sie ist den Weg, der Flucht, den ihr Vater, dieser Flucht, den ihr Vater damals zurückgelegt hat, selber zu Fuß abgelaufen und hat sich damit im Prinzip, ja, nochmal mit dieser Geschichte der Vertreibung und was eigentlich der Verlust von Heimat ausmacht, auseinandergesetzt. Und das ist eigentlich ein Appell daran, dass es wichtig ist, dass wir uns mit dem auseinandersetzen, was wir mitbekommen, auch aus unseren Familien, was hinübertransportiert sind, welche Traumata ja, wie sehr uns das prägt. Das ist auf jeden Fall ein Buch, was ich sehr empfehlen würde zu lesen. Ja, und ich glaube, gerade in der aktuellen Situation wieder mit dieser Region sicher etwas, was ihm viel beibringen würde und auch diese Ecke der Welt nochmal näher brächte. Liebe Kathrin Eigendorf, das war unsere Stunde mit Buch meines Lebens. Ich bin sehr froh und glücklich, dass du dir die Zeit genommen hast, neben den vielen Einladungen für Putins Krieg, die du bekommen hast. Und wo du den Menschen von deinen Erfahrungen in der Ukraine berichtest und auch da wieder Zeugnis ablegst darüber, wie die Menschen in der Ukraine für unsere Freiheit kämpfen. Vielen Dank, dass du da warst und die Zeit hier mit uns verbracht hast. Danke, dass ich hier sein durfte. Gerne. Vielen Dank, dass du da warst. Untertitelung des ZDF, 2020